hallo und herzlich willkommen zu veronikas seelenzauber es freut mich sehr dass du wieder mit dabei satz heute möchte ich gern über ein thema sprechen was man in so manchem reading immer wieder begegnet annehmen beschenkt werden musst du dafür irgendetwas tun musst du da dann irgendwie wenn du was kriegst dafür was geben nein musst du nicht du darfst geschenke quasi einfach annehmen und dich darüber freuen und dafür musst du nichts geben du kannst dann natürlich wenn du das sagst wenn wir schon beim geben und nehmen sind du hast ja quasi selber irgendwas anders zum verschenken und wenn du das verschenkst dann bist du der geber sozusagen und dafür darfst du dann auch an anderer stelle oder an selber stelle völlig wurscht darfst du dann einfach auch geschenke annehmen also wenn dir irgendwer zum essen einladen will lass die einladen wenn irgendwer dir irgendwas eine hilfe gibt oder nimm es an warum nicht du musst deswegen nichts machen also da bist du zu nichts verpflichtet und da darfst du selber die erwartungshaltung an dich loslassen einfach annehmen dich freuen danke sagen und weitergehen sozusagen oder wie auch immer dir beliebt ich möchte ein beispiel anführen was mir passiert ist ich habe mit meinem hund an der donau entlang marschiert und aus dem nichts das war wieder eine skurrile situation aber die ziehe ich magisch an hat mir ist quasi ein mann zu mir her gekommen und hat mir eine rose geschenkt und keine billige sondern da war das preispartball noch drauf das war eine teure rose und der wollte dann mit mir sprechen und ich habe aber eigentlich keine lust gehabt weil ich an dem tag einfach mal für mich sein wollte mit meinem hund allein sein wollte und ich habe halt dann einfach zu dem gesagt hey du ich finde es super geil dass du mir jetzt die rosen geschenkt hast das ist total lieb das ist voll schön dass man einfach so quasi so eine schöne geste sozusagen kriegt aber ich möchte jetzt bitte allein sein und ich möchte jetzt weiter gehen und ich danke dir recht herzlich aber ich gehe jetzt weiter der mann war dann weder ärgerlich noch irgendwie hat er mir die rosen wieder genommen oder sonstiges der hat dann auch einfach gesagt ja danke und er wollte mir das jetzt einfach geben weil ich wunderschön bin und er geht dann auch wieder weiter wenn ich jetzt da keine lust zum reden habe so ich bin dann weiter gegangen ich habe es dann auch weiter verschenkt die rose weil rosen nicht mein sind aber ich war da echt dankbar drüber aber ich habe jetzt da nicht das bedürfnis gehabt von mir irgendwie demjenigen was zu schenken und ja man schenkt auch zeit und energie sozusagen und da darfst du dir auch immer überlegen wem du die schenken magst nicht nur materielle geschenke und du musst einfach keine gegenleistung bringen nur weil dir jemand etwas schenkt ich sage ich denke ja weil ich spaß daran habe ich mache diese videos weil ich spaß draußen habe ich erwarte aber dafür nichts ja ich habe unten immer mein paypal konto stehen weil ich einfach die möglichkeit geben mag dass da quasi menschen etwas schenken können sozusagen aber etwas schenken können sozusagen aber ich erwarte nichts für diese videos ich mache das weil es mir spaß macht weil ich es machen muss weil ich ja ich muss einfach es ist mein job sozusagen dafür bin ich hier und ja und darum geht es im leben schenk dich wenn du lust drauf hast schenk dich wem du willst wann du willst und nimm aber auch die geschenke von außen an egal ob jetzt materiell oder oder zeit oder energie oder was auch immer dir die menschen quasi schenken nimm das einfach an du darfst das einfach so annehmen und das ist für mich einfach das prinzip von geben und nehmen oder wie ich es nenne schenken und teilen weil ich einfach da ja für mich ist das einfach wenn ich lust habe irgendwas zu schenken dann tue ich das und wenn ich nicht mag dann tue ich es nicht und was von außen kommt und mir gefällt das nehme ich halt auch weil warum nicht habe ich ja verdient und du hast es genauso verdient weil du einfach nur für deinen seinen geschenke empfangen darfst einfach nur weil du du bist weil du wundervoll bist weil du die welt verzauberst bezauberst wie auch immer zum strahlen bringst und dann darfst du auch annehmen also meine lieben erlaubt euch das glück auf allen ebnen ich habe es gestern schon gesagt das dürfen wir jetzt erkennen weil das gilt natürlich auf allen ebnen nicht nur auf der beruflichen oder so im leben das gilt auch in liebes dingen auch da darfst du quasi dich öffnen und Geschenke annehmen nur weil dich in mann zum essen einlädt musst du mit dem danach nicht ins bett gehen nur weil irgendwie weiß ich nicht das war jetzt das beste beispiel bleiben wir gleich dabei das sind also dinge da sind vielen von uns einfach nur so unbewusst oft auch noch die eigene erwartungshaltung oder das er lernte drin wenn ich jetzt von einem mann irgendwie was erhalte dann muss ich ja dafür irgendwie was geben und ja da geht es bei vielen um das sexuelle eben und da dürfen wir uns auch von lösen weil das muss nicht wie gesagt du darfst alles du musst nichts und wenn du keine lust hast dann musst du auch nicht also wenn du jetzt quasi irgendwie ein date hast und du hast danach das gefühl du musst jetzt auch irgendwas geben und sei es bloß ein kuss dann überprüf mal ob du das wirklich willst oder ob das jetzt das alte denken ist sozusagen altes denken wohl gemerkt weil wenn du es wirklich willst dann spürst du das und ja dann ist das nicht so wenn es das alte denken ist dann ist es ein leichter druck dahinter so ich muss ja jetzt auch wenn ich vielleicht eigentlich nicht mag sozusagen und das spürt man da ist ein unterschied das hat was schwereres das hat was eben mit druck und wenn es wirklich von dir kommt und du das wirklich willst in dem moment dann ist das leicht warm und ja du fühlst deinen brustkorb einfach die schmetterling fliegen sage ich jetzt mal also meine lieben ein kurzes video aber das war mir jetzt gerade wichtig weil ich das wie gesagt ich stoße da immer wieder drauf schenken annehmen nichts dazwischen gegenleistung blödsinn befreit euch von diesen alten glaubens mustern so meine lieben ich wünsche euch dann schon mal ein schönes wochenende ja eine wundervolle herbsttag und nachtgleiche persönliche readings wie immer unter seelensarbeit mail.de besucht mich gerne auf meiner facebook seite die ist wie bei unten verlinkt und dann eine wundervolle zeit mit diesen wundervollen energien ich merke gerade so richtig dass das kollektiv sich langsam dreht und das ist richtig toll dankeschön fürs einschalten tschüss